Bisher bei Alan Wake. Unter dem Einfluss des Dunkels schrieb ich eine Horrorgeschichte, die wahr wird. Jagger war die Lektorin und hatte dafür gesorgt, dass die Geschichte sie immer mächtiger und mächtiger machte. Ein Teil von mir war klar genug gewesen, meine Flucht in die Geschichte einzubauen. Zusammen können wir etwas absolut Wunderbares erschaffen. Der See, er beeinflusst irgendwie die Kunst, die sie erschaffen wird. Er macht sie wahr. Meine Mutter gab mir einen alten Lichtschalter. Den Klicker, ne? Alice ist in einem dunklen Gefängnis. Ich muss dringend zu Cynthia Weaver. Es ist ihre Schuld und sie bezahlen dafür. Folge 5 Der Klicker Wir erwarten eine rekordverdächtige Besucherschau aus der Umgebung. Natürlich hoffen wir den Rekord zu brechen, den Watery letztes Jahr mit seinem Echtfest aufgesteckt hat. Meine Damen und Herren, ich wurde von einigen Leuten gefragt, was am Hirschfest so besonders ist. Und ich denke, es ist das folgende. Es geht um Freundschaft und Gemeinschaft. Uns steht eine Riesenparty bevor, aber lasst uns bis morgen noch Ruhe bewahren. Und die Nacht gut überstehen. Okay? Ich habe es. Jemand wird kommen. Wenn es an der Zeit ist, hat Thomas geschrieben. Es ist von ihm. Der Schlüssel ist die Versicherung. Es ist meine Aufgabe, ihn zu bewahren. Im Licht aufzubewahren. Immer im Licht. Immer im Licht. Und damit herzlich willkommen zurück. Alle Manuskriptseiten waren weg. Der FBI-Agent hatte sie mitgenommen. Ich glaube, meine Zunge hat mir gerade in den Mund geschissen. Barry kotzt sich da gerade aus. Dem geht es wohl nicht mehr so mittelprächtig. Wie wieder Alkohol. Kenne ich. Ich muss mit Weaver sprechen. Sie ist die aus dem Lied. Die Lady des Lichts. Cynthia Weaver. Was? Die alte Schrulle? Wie du meinst, Elle. Aber wir sitzen hier fest. Wir haben recht gar nicht mal befragt. Ich musste erst ein wenig lesen, Sheriff. Und ich darf Ihnen sagen, es war eine interessante Lektüre. Tja, jetzt habe ich dich, Raymond Chandler. Es steht alles hier drin. All die Beweise. Auch die für eine Verschwörung zur Ermordung eines Bundesagenten. Aus der Sache werden Sie sich nicht mehr rausreden. Hören Sie mich da drin? Brad Easton, Alice? Na? Agent Nightingale, ich möchte mit Ihrem Chef sprechen. Tja, wir alle wollen etwas, Sheriff. Ich wollte, dass mir... Das ist derzeit nicht möglich. Agent Nightingale, ich bestehe darauf. Wake, was ist los? Sind Sie bescheuert? Das ist ein Trick. Ein offensichtlicher Trick. Hey, ich habe genug von dem ganzen Quatsch. Wake, ich vertraue Ihnen damit. Ja, klar. Agent Nightingale, Ihre Meinung wäre wichtiger, wenn Sie nüchtern wären. Und wenn ich tatsächlich glauben würde, dass Sie offiziell hier sind. Wow. Los. Zurück in die Zelle, Stephen King. Der einzige Weg, wie Sie diesen Ort verlassen, ist über meine Le... Moment mal. Das kenne ich. Das kennt er. Oh mein Gott. Licht. Wir brauchen Licht. Nur so können wir dieses Ding bekämpfen. In mein Büro. Da habe ich Ihre Sachen. Folgen Sie mir. Oh Mann. Ohne Licht haben wir keine Chance. Bleiben Sie ruhig. Ich kann den Notstromgenerator anmachen. Aber erstmal lesen wir jetzt hier diese Manuskriptseite. Nightingale liest das Manuskript. Nightingale versuchte, das Manuskript zu verstehen. Es war seltsam und unzusammenhängend. Die Hälfte davon kapierte er nicht. Aber alles darin mutete wahr an. Er griff nach dem Flachmann, als er die Seite erreichte, auf der stand, wie er nach dem Flachmann griff. Es drehte sich in seinem Kopf. Aber nicht vom Schnaps. Ja, Nightingale ist jetzt wohl Geschichte und ich denke, er wird hier noch als Besessener auftauchen. Auf der Bildfläche. Da gibt es sicherlich Schöneres. Ich hatte doch auch noch irgendeine Manuskriptseite übersehen bei die Wahrheit. Oder? Genau. Das lesen wir uns auch noch eben kurz durch. Zane konnte die Gedichte spüren, wie sie Gestalt annahmen und Dinge formten. Beim Experimentieren stellte er sich vor, er könne die Macht durch die Schreibmaschinentasten spüren. Es berauschte ihn, erfüllte ihn aber auch mit Furcht. Wäre er nicht sein Assistent Emil gewesen, hätte er aufgegeben. Doch Emil überzeugte ihn vom Gegenteil. Auch er war wortgewandt. Ja, eine kleine Geschichte über Thomas Zane. Der ja, wie gesagt, scheinbar auch die Rolle des Lichts hier einnimmt. Die Rolle dieses Tauchers. Und jetzt dem Sheriff folgen Sarah Breaker. Dem Sheriff von Brightfalls. Versucht, den Strom wieder anzuwerfen. Das ist doch nicht übel. Wheeler, Sie müssen hierbleiben. Was? Nein. Wir machen den Helistart klar, aber ich habe Freunde, die gewarnt werden müssen. Ich kann nicht beides gleichzeitig machen. Ich brauche Ihre Hilfe. Gut. Okay. Hier ist eine Liste mit Leuten und Telefonnummern. Rufen Sie die an und teilen Sie eine Nachricht von mir mit. Nightsprings. Okay? Die wissen dann Bescheid. Nightsprings, die Fernsehshow? Klar. Oh, hey, dieser Radio-Fritze steht auf der Liste. Main. Wer ist Frank Breaker? Ein Verwandter? Mein Dad. Hey, ist das hier eine Geheimgesellschaft? Schaffen Sie das? Sie sind hier in Sicherheit. Der Notstrom ist an. Diese Leute müssen alarmiert werden. Für den Fall, dass wir nicht zurückkommen. Aber Sie holen mich doch später, oder? Sobald der Hubschrauber bereit ist. Danke, Wheeler. Ich schulde Ihnen was. Okay. Gehen wir, Wake. Hinten raus. Mein Kater braucht dringend eine Pizza. Meinst du, ich kann mir irgendwo eine bestellen? Meine Kopfschmerzen wollen, dass du still bist und was schaffst. Barry bleibt zurück. Und macht ein paar Telefonate. Oder haben wir eine Manuskriptseite irgendwo? Wo ist die denn? Die lassen wir uns nicht entgehen. Die lesen wir uns noch durch. Nightingale wird vom Dunkel angegriffen. Nightingale spürte, dass die Situation außer Kontrolle geriet. Doch wenigstens fühlte sich die Waffe in seinen Händen sicher an. Er war schussbereit. Entschlossen, es nur über seine Leiche dazu kommen zu lassen. Und doch zögerte er. Er hatte diesen Moment schon gesehen. Ihn gelesen. Das Déjà-vu und das Grauen, dass er eine Figur in einer Geschichte war, erschütterten ihn. Dann brach die monströse Präsenz hinter ihm ein und zog ihn in die Nacht. Ich bin mal gespannt, wann wir gegen Nightingale da noch antreten müssen. Denn der wurde ja mit Sicherheit auch zum Besessenen. Was immer sich Nightingale geholt hat, hat auch die Torsteuerung zerlegt. Von hier kommen wir nicht an den Schaltkasten fürs Tor. Wir müssen auf die andere Seite des Dachs. Ich gehe. Ich öffne Ihnen das Tor, wenn ich drüben bin. Sie bleiben hier im Licht und geben mir Deckel, okay? Na super. Hier ist abgeschlossen. Wir müssen jetzt irgendwie auf die andere Seite gelangen. Nur wie? Ich meine, klettern kann unser Alan ja nicht so atemberaubend. Und hier ist alles verschlossen. Wie gesagt. Einen Weg auf die Dächer finden. Vielleicht kommen wir hier irgendwo aufs Dach. Ich musste aufs Dach, um auf die andere Seite des zerstörten Tors zu kommen. Aha. Da hinten habe ich doch eine Leiter gesehen. Da vorne. Vielleicht kommen wir da irgendwie hoch. Oh. Und hier ist wieder diese Masse der Besessenen. Dieser ölige Film. Was? Was zur Hölle war das gerade? Ah, hier ist auch so ein Zeug. Das verletzt uns auf jeden Fall. Unschön. Müssen wir entfernen. So, jetzt hier mal hochklettern. Langsam, aber sicher. Vögel. Und die mag ich gar nicht. Weg mit euch, ihr Mistviecher. Da vorne sind noch Leuchtfackeln. Die ich natürlich mitnehmen möchte. Und da ist auch wieder ein Hinweis. Ja, im Licht können wir sie verletzen. Das wissen wir ja bereits. Hier die Leuchtfackeln nehmen wir auch noch mit. Und da vorne gibt es frisches Seafood. Also Küche aus dem Meer. Fisch und so. So. Klettern wir mal hier hoch und da. Müssen wir jetzt irgendwie einen Weg auf die Straße finden. Aber erstmal wieder diese eckhafte Masse hier entfernen. Und ich warte ja nur darauf, dass uns hier noch Besessene jetzt überfallen. Die uns auflauern. Ach du Scheiße. Vögel. Nichts da. Ihr fiesen Wächer. Bies da. Ha. Ich grille euch. Oh. Autsch. Boah, die tun ja richtig weh. Okay. Müssen wir schnell hier rüber, würde ich sagen. Nein. Scheiße. Mensch, normal waren die doch nie so stark, diese Vögel. Heilige Scheiße. Das ging jetzt aber richtig in die Hose. So, dann rennen wir direkt mal weiter. Komm. Da habe ich mich auch ein bisschen blöder angestellt, muss ich sagen. Schnell hier rüber. Vielleicht kommen wir jetzt hier runter. Ja, benutzen. Komm schon. Bevor die Vögel uns hier dezimieren. Ihr Passwort. Night Springs. Wieso das? Das ist ein dummer Witz bei uns, dass Brightfalls damals die Inspiration für die Fernsehshow war. Diese Stadt ist manchmal sonderbar, aber noch nie so sonderbar. Sie müssen den beschädigten Scheißpastel drüber drücken. Sehe ich aus wie ein Elektriker? Moment. Erstmal die Suppe hier entfernen. Vielleicht geht das ja jetzt schon. So, jetzt die Torsteuerung überbrücken. Scheiße. Na super. Müssen wir jetzt erst noch zum Rathaus, oder was? Eine tolle Idee, den Heli zu nehmen. Scheiße. Und los geht's. Dieser Penner mit der Axt. Und noch ein Penner mit der Axt. Komm schon, Sarah. Räu mal ein bisschen mit auf. Oh Backe, oh Backe, oh Backe. Ich wechsle mal gerade wieder auf den Revolver. Der hat immer noch die Dunkelheit an sich. So. Macht's gut. Und jetzt weiter durch die Stadt Brightfalls. Das Hirschfest ist im vollen Gange. Hirschschicht geht's hier los. Beim Hirschfest in Brightfalls. Und wahrscheinlich ist schon die halbe Stadt mittlerweile infiziert und zu Besessenen geworden. So, jetzt erschieße ich auch mal hier ein bisschen. Komm. Habe ich dem schon die Dunkelheit entfernt? Nee, hatte ich nicht. Ach, du Kacke. Scheiße, Mann. Boah, danke Sarah. Wechsle mal die Batterie. Damit wir hier auch ein bisschen unterstützen können. Und nicht nur der Sheriff hier den ganzen Job macht. Die Atmosphäre ist düster. Tödlich. So. Ich bin schon ganz froh, dass Sheriff Breaker oder Breaker. Breaker heißt sie dann ja wohl. An unserer Seite ist. Sarah folgen. Hier ist das Brides Diner, das wir ja kennen. Rose war ja hier die Kellnerin. Doch, sie hat die Dunkelheit ergriffen. Follow. Wir sollen hier irgendwas folgen. Boah, scheiße. Junge, Junge. Revolver Munition. Können wir mitnehmen. Sehr gut. Sehr praktisch. Lithium Batterie ebenfalls eingepackt. Das ist doch irgendein Kopf. Verdammte Scheiße. Das ist doch auch ein Sheriff. Wer ist das zur Hölle? Ein Kollege von Sarah. Komm schon, Batterie wechseln und dann grillen. Bams. Ich glaube nicht, dass das Hirschfest hier noch großen Anklang finden wird. Mal kurz hier die Revolver Munition mitnehmen und die Batterien. Kann auch gut sein, dass ich da schon eine Manuskriptseite übersehen habe. Aber irgendwie habe ich es im Blut, dass uns jetzt in Kürze Nightingale, der FBI Agent, hier als Besessener angreifen wird. Und ich glaube, der könnte hart werden. Wake! Hier drüben! Hier ist Licht! Hier ist auch ein Kasten, ein Emergency Case. Wo wir natürlich auch nochmal reinschauen wollen. Drei Leuchtfackeln, Schrotwind-Munition und Batterien. Die wir hier gebrauchen können. Oh Mann, ob das mal gut geht? Ach du Scheiße. Eine Falle. Uiuiui. Zum Glück werde ich mit dem Kerl mittlerweile ganz gut fertig. Und wir haben ja noch Sarah an der Seite. Die Killer-Amazone. Boah, der Dicke hier ist ein Problemfall. Scheiße. Ich muss den irgendwie in Schacht halten. So. In Schach halten natürlich. So, Waffe kurz nachladen. Einmal durchatmen. Aber da geht es direkt schon weiter. Keine Pause. In L.A. Keine Pause für Alan Wade. Scheiße. Jetzt werden es aber verdammt viele. Ist hinterher, ist das Tor auch schon auf? Nein, noch nicht. Gut. Er hat immer noch die Dunkelheit um sich. Das Dunkel. Die Finsternis. So. Jetzt drauf auf den Motorsägen, Heini. Ja, Mann. So, der wäre jetzt Geschichte. Und der andere Kerl auch. Puh. Da bin ich ja mal gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. In der nächsten Folge. Bis dann, Freunde. Romen da. Wat?